... der Gruslichkeit. Das ist lustig. Sag mal, kommst du wirklich mit? Ja. Okay, dann los. Was ist los? Kommst du? Ja. Patrick, hier geht's lang. Wo denn? Hier. Oh, ich komme. Oh je, wie sollen wir denn dieses ganze Gerümpel aufräumen? Ganz einfach. Wir müssen nur die Tapete runterreißen. Guck mal, du hast was vergessen. Sag mal her. Das ist ein Comic-Häftchen. Und guck dir das an. Es geht um den guten alten fliegenden Holländer. Hier steht, als er gestorben ist, wurde sein Körper als Schaufensterfigur benutzt. Jetzt geistert er über die sieben Meere, weil er nie die letzte Ruhe bekam. Kapierst du das nicht, Patrick? Machen wir einen Einkaufsbummel? Nein, wir verschaffen dem armen alten Thaddeus die letzte Ruhe. Aua. Was um Himmels Willen soll das? Das war die Einleitung. Der erste Teil eurer Zeremonie. Eine Zeremonie? Wofür? Für eure ewige Ruhe. Ich will aber gar keine ewige Ruhe. Ich will, dass die Hausarbeit erledigt wird. Ist die Rumpelkammer aufgeräumt? Ja. Ach ja? Wirklich? Das sehe ich mir mal an. Ah! Okay, legt euch rein. Ihr seid wohl plemplem, da lege ich mich nicht rein. Aber ihr braucht doch eure letzte Ruhe. Wer hat euch denn sowas erzählt? Und jetzt raus hier mit euch! Na gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020